Servus und hallo zurück auf Bangertech. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Reolinks brandneuer batteriebetriebenen Überwachungskamera der Argus 4 Pro. Diese bietet neben einer 4K Auflösung auch einen Blickwinkel von 180 Grad, was für eine Überwachungskamera doch schon sehr speziell ist und ich so noch nicht gesehen habe. Was die Kamera noch so zu bieten hat und wie sie sich im Alltag schlägt, seht ihr nach dem Intro. Zuerst einmal geht aber ein herzliches Dankeschön raus an die Firma Reolink, die mir die Kamera zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Natürlich hat diese Kooperation keinen Einfluss auf meine Meinung oder auf das Video selber. So nun aber zu den Eigenschaften der Argus 4 Pro. Neben der schon erwähnten 4K Auflösung und einem Blickwinkel von 180 Grad, ist die Argus 4 Pro die erste batterie- bzw. solarbetriebene Kamera der Welt, die auch in der Nacht ein farbiges Bild liefert. Durch einen relativ großen Kamerasensor und eine Blendenöffnung von 1,0 erkennt man auch bei vollkommener Dunkelheit jedes Detail. Der Stromverbrauch wird mit 2 Watt in der Stunde angegeben. Und eine 10-minütige Ladung durch dieses Solarmodul hier soll den ganzen Tag reichen. Wie sich das in der Praxis schlägt, seht ihr im späteren Verlauf des Videos. Was mich bei anderen WiFi-Kameras bisher gestört hat, war die Übertragungsgeschwindigkeit bzw. die Stabilität. Durch ein verbautes Dual-Band WiFi 6 Modul sollte dieser Negativpunkt mit der Argus 4 Pro der Vergangenheit angehören. Natürlich findet man in der Kamera auch die mehr oder weniger Standardfeatures wie einen Bewegungsmelder und ein Zwei-Wege-Audio. Im Lieferumfang befindet sich alles, was zur Installation an der Wand, auf dem Dach oder sogar an einem Pfosten benötigt wird. Neben der Kamera und dem Solarmodul, welches übrigens eine Kabellänge von 5 Metern hat, wurden noch zwei unterschiedliche Halter für eine flache Montage, zum Beispiel für Wände oder Dächer, und zwei Straps für eine runde Montage beigelegt. Mit diesen Straps kann die Kamera ganz einfach an zum Beispiel Lichtmasten oder verschiedenen Pfosten befestigt werden. Die Montage und die Installation selber ist kinderleicht. Willkommen bei Reolink. Bitte installe Reolink App und scanne den QR-Code auf der Kamera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Willkommen bei Reolink App. Willkommen bei Reolink App. Willkommen bei Reolink App. Wie ihr sehen konntet, war die Installation der Argus 4 Pro wirklich mehr als einfach. Ich habe diese bei mir an der Decke bzw. an einem Balken installiert und das Ganze hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Natürlich wollen wir, nachdem wir die Kamera mit der Reolink App verbunden haben, auch deren Funktionen etwas genauer betrachten. Dazu nehmen wir das Smartphone zur Hand und öffnen natürlich dann hier die Reolink App. Dann sehen wir hier unten eine kleine Kachel, wo wir auch schon einen Screenshot der Kamera bekommen. Hier oben links sehen wir dann den Namen der Kamera. Auf der rechten Seite haben wir zwei Symbole. Einmal das Bewegungsmelder-Symbol, welches wir hier aktivieren bzw. deaktivieren können. Somit wird dann auch keine Bewegung ausgelöst, falls sich jetzt jemand im Kamerabild befindet. Ich aktiviere es aber jetzt hier wieder. Dann haben wir das Einstellungsrädchen. Hier können wir sofort in die Einstellungen springen. Das machen wir dann auch gleich. Auf der linken unteren Seite sehen wir jetzt aktuell noch das Sonnensymbol und das Batteriesymbol. Hier kann man sofort erkennen, ob die Batterie durch das Solarmodul geladen wird oder eben nicht. Wenn ich jetzt hier auf das Kamerabild klicke, dann wird sofort der Livestream gestartet. Eben durch das Wi-Fi 6 Modul ist hier die Verbindungsqualität bzw. die Verbindungsgeschwindigkeit wirklich sehr gut. Ich hatte bisher noch keine Stabilitätsprobleme oder Verbindungsabbrüche. Auf der linken oberen Seite seht ihr eben hier den Kameranamen und die Übertragungsgeschwindigkeit. Der ist bei mir durchschnittlich so 2500 KB in der Sekunde. Auf der rechten oberen Ecke sehen wir dann noch drei bzw. vier Symbole. Einmal das Alarm-Icon. Wenn ich jetzt hier raufklicke, kann ich die Alarmsirene einschalten. Diese könnte meiner Meinung nach etwas lauter sein. Das ist aber dem geschuldet, dass natürlich die Lautsprecher in der Kamera auch relativ klein sind. Aber ich denke, das reicht, um eben Personen, die unbefugt auf eurem Grundstück rumlaufen, abzuschrecken. Als nächstes Symbol auf der rechten oberen Seite haben wir hier dann das Flashlight-Symbol. Dieses kann ich hier auch aktivieren. Dadurch wird dann das Kamerabild etwas erhellt. Leider hat die Flashlight bzw. das Licht nicht genügend Leistung, um hier eben meinen Weg voll auszuleuchten. Also das könnt ihr leider nicht als Hauptlicht verwenden. Als nächstes Symbol haben wir dann wieder das Einstellungsrädchen. Da gehen wir dann natürlich auch gleich noch rein. Auf der unteren Leiste haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, hier den Livestream zu verändern. Wir können hier pausieren und das Ganze dann wieder abspielen. Dann haben wir die Möglichkeit, den Ton einzustellen bzw. das Mikrofon der Kamera zu aktivieren, um eben auch zu hören, was draußen so los ist. Beim nächsten Symbol können wir dann einen Screenshot erstellen und diesen auch hier unten gleich teilen, zum Beispiel in WhatsApp oder anderen Messenger-Apps. Ebenso ist es hier mit der Aufnahme. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann wird sofort eine Aufnahme gestartet und wenn ich diese dann wieder stoppe, dann kann ich die ebenfalls gleich über WhatsApp zum Beispiel teilen. Beim zweitletzten Symbol können wir dann zwischen zwei verschiedenen Bildqualitäten wechseln. Einmal eben hier das klare Bild und dann noch das flüssige Bild. Beim klaren Bild bekommt ihr die komplette 4K-Auflösung ausgegeben. Beim flüssigen Bild wird das Ganze dann ein bisschen runter reduziert. Reicht meiner Meinung nach auch noch aus. Das solltet ihr dann verwenden, falls sich die Kamera etwas weiter von eurem Router oder Access Point entfernt befindet. Bei mir sind es ca. 60 bis 70 Meter und der Klar-Modus funktioniert einwandfrei. Als letztes Symbol bei dieser Leiste haben wir dann noch die Möglichkeit, das Ganze als Fullscreen anzuzeigen. Das sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Und ihr habt hier unten dann auch noch die verschiedenen Icons, wo ihr dieselben Funktionen habt, wie ihr auch im Hauptbild habt. Wenn ich jetzt das Smartphone wieder drehe, dann springt das natürlich wieder zurück zur normalen Ansicht. Ganz unten haben wir dann noch zwei weitere Buttons. Einmal den Sprechen-Button. Wenn ich jetzt hier draufklicke und dann nochmal auf das Symbol draufklicke, dann wird Sprechen aktiviert. Test, Test, Argus 4 Pro, Test. Somit kann ich auch draußen mit Personen kommunizieren. Eben die zwei Wege Audio aktivieren. Und auf der rechten unteren Seite haben wir dann noch einen Wiedergabe-Button. Dort können wir dann nachschauen, welche Aktivitäten bzw. welche Aufnahmen hier generiert wurden. Wenn ich jetzt hier einmal auf das Datum draufklicke, können wir die verschiedenen Tage auswählen. Und dann sehen wir hier unten bei der Leiste die verschiedenen Aufnahmen. Diese Funktion kann natürlich auch noch speziell eingestellt werden. Und dazu müssen wir hier oben auf der rechten oberen Seite in die Einstellungen reingehen. Dann klicke ich jetzt hier auf das Einstellungsrädchen drauf. Dann sehen wir hier eine Auflistung der verschiedenen Funktionen, wo wir natürlich verschiedene Einstellungen vornehmen können. Als allererstes ganz oben sehen wir den Kameranamen und den belegten Speicherplatz und ob die Kamera mit dem WLAN verbunden ist. Ihr seht hier, mein Speicherplatz ist aktuell mit 43 MB belegt. Ich habe hier eine 32 GB Speicherkarte installiert und diese reicht wirklich sehr lange, da diese Spots bzw. die Schnipsel, die aufgenommen werden, wirklich sehr klein sind. Als weiteren Punkt haben wir dann hier Batterie. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann können wir überprüfen, wie ist der Batteriezustand der Kamera. Und hier unten haben wir dann noch einen Verlauf. Reolink gibt ja an, dass 30 Minuten reichen, um die Kamera einen ganzen Tag zu betreiben. Ich habe das vorgestern oder so getestet. Ich habe am Morgen für 30 Minuten das Solarmodul mit der Kamera verbunden und konnte so die Kamera den ganzen Tag bis 24 Uhr betreiben. Ich hatte am Anfang 10%. Das Ganze wurde dann innerhalb der 30 Minuten eben geladen. Ich glaube, ich hatte so 27% und am Abend hatte ich dann wieder 7%. Also wie gesagt, das reicht locker aus, um die Kamera einen Tag bzw. 12 Stunden zu betreiben. Als nächsten Punkt können wir hier bei WLAN das Wi-Fi wechseln. Falls ihr zum Beispiel einen anderen Access Point habt, dann könnt ihr hier einfach reingehen und eben dann hier ein anderes Wi-Fi auswählen. Beziehungsweise auch die Übertragungsgeschwindigkeit hier oben bei WLAN Test überprüfen. Bei Display haben wir die Möglichkeit, das Display an sich bzw. den Livestream und aber auch die Aufnahme zu verändern. Hier oben bei Stream haben wir nochmal dieselben Einstellungen wie vorhin. Wir können hier zwischen Klar und Flüssig wählen. Ihr seht hier, Klar bedeutet 5120 mal 1440 und Flüssig bedeutet 1536 mal 432. Ihr seht, das ist schon wesentlich geringer, aber es reicht immer noch aus, um eben Personen erkennen zu können. Bei Antiflackern können wir die Bildfrequenz einstellen. Die habe ich hier bei 50 Hertz belassen. Bei Helligkeit können wir natürlich das Bild verändern. In der Helligkeit können wir das etwas dunkler machen oder auch etwas heller. Dann in der Mitte haben wir die Möglichkeit, den Namen der Kamera, das Datum und ein Wasserzeichen anzeigen zu lassen. Das wird im Livestream, aber auch in der Aufnahme dargestellt. Ich habe das jetzt so voreingestellt gelassen, da ich das sehr sinnvoll finde, um hier eben das Datum und die Uhrzeit zum Beispiel anzeigen zu lassen. Bei der Privatsphärenmaske hier unten habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Zonen auszugrauen. Wenn ich jetzt hier einfach mal ein Rechteck ziehe, dann wird dieser Bereich überhaupt nicht aufgenommen, wird auch in dem Livestream nicht dargestellt. Ich benötige das jetzt nicht, da ich meine komplette Einfahrt hier dargestellt haben will. Deswegen gehe ich jetzt auf Abbrechen und nochmal auf Abbrechen. Dann unten haben wir die Möglichkeit, bei erweiterten Einstellungen das Stitching zu verändern. Wir haben ja hier zwei Kameralinsen, deswegen haben wir hier auch zwei verschiedene Bilder, die dann im Endeffekt einfach nur in der Mitte zusammengefügt werden. Ich poste euch hier ein Bildchen rein, wie das Ganze dann aussieht. Meiner Meinung nach wird das sehr gut gemacht. Natürlich erkennt man direkt in der Mitte, dass das hier zusammengefügt wird. Ich schaue ein bisschen breiter als normal aus, aber ich finde, das wird wirklich sehr gut gemacht. Falls euch das aber nicht gefällt, können wir hier eben den Abstand zwischen den Bildern verringern oder eben erhöhen. Und ganz unten haben wir dann noch die Möglichkeit, bei Lichter und Schatten den farbigen Tagmodus und den farbigen Nachtmodus einzustellen. Ich habe hier beides auf Auto belassen, da ich eben natürlich ein farbiges Tagbild haben will und eben auch ein farbiges Nachtbild für das, was ja die Argus 4 Pro bekannt ist. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann haben wir als nächste Funktion das Audio. Wenn ich jetzt hier reingehe, können wir die Tonaufnahme aktivieren oder deaktivieren und hier unten die Sirenenlautstärke einstellen. Wie gesagt, die Sirenenlautstärke könnte meiner Meinung nach etwas lauter sein, aber das passt schon soweit. Dann bei Licht haben wir dann noch die Möglichkeit, das Spotlight einzustellen. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann seht ihr, als Mode habe ich jetzt hier Auto-Modus. Wir können das Ganze aber auch komplett deaktivieren. Somit wird das Spotlight nicht aktiviert, falls Bewegung erkannt wird. Wie gesagt, ich habe das aber hier auf Auto-Modus. Ganz unten können wir dann noch einstellen, ab welcher Uhrzeit bzw. ab welcher Dunkelheit das Spotlight dann aktiviert wird. Dann kommen wir zu den Alarmeinstellungen. Hier als erstes haben wir die Bewegungserkennung. Wir haben ja unten einen Bewegungssensor verbaut. Dieser erkennt dann Bewegung und triggert verschiedene Aktionen der Kamera. Ich habe den jetzt hier aktiviert und als Empfindlichkeit habe ich hier 80%. Ich hatte bisher noch keine Fehlauslösungen durch Vögel oder Blätter usw. Ihr könnt aber die Fehlalarme hier oben auch smart reduzieren. Bisher habe ich noch keine Erfahrung, wie gut das Ganze funktioniert, da ich sowieso noch keine Fehlauslösungen hatte. Aber das könnt ihr ja dann selber austesten, welcher Wert hier unten für euch passend ist. Dann haben wir als nächsten Punkt den Bewegungsalarm. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann können wir ganz oben hier wieder Nicht-Erkennungszonen einrichten. Das ist mehr oder weniger fast dasselbe wie vorhin bei der Privatsphäre-Einstellung. Wenn ich jetzt hier auf Personen gehe, dann kann ich hier wieder einen Bereich ausgrauen, wo ich eben keinen Alarm bekomme, wenn sich hier eine Person befindet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen großen Hof oder so habt und da befinden sich immer Personen, dann könnt ihr das hier einfach ausgrauen und dann bekommt ihr nicht jedes Mal eine Nachricht bzw. einen Alarm. Ebenso könnt ihr das Ganze mit dem Fahrzeugtier und anderes machen. Bewegungsmarkierung habe ich hier aktiviert. Das bedeutet, dass um Objekte, um Personen, um Tiere, um Fahrzeuge einfach ein Kästchen rumgezogen wird, um das Ganze eben noch mehr hervorzuheben. Bei den Alarmeinstellungen können wir dann noch die Empfindlichkeit verändern, intelligente Erkennung und hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, eben die verschiedenen Empfindlichkeiten für Personen, Fahrzeuge und Tiere zu verändern. Ich habe das Ganze aber hier auf Mittel, eben die Voreinstellung und das funktioniert wirklich super. Objektgröße könnt ihr hier auch noch verändern. Wie gesagt, das habe ich aber auch voreingestellt. Dann haben wir den Punkt Filmaufnahme. Hier könnt ihr einstellen, ob eben ein Film bzw. ein Spot aufgenommen werden soll, falls Bewegung erkannt wird. Dazu ist natürlich eine SD-Karte erforderlich. Ich habe das jetzt hier eingestellt. Ihr könnt hier auch einen Zeitplan erstellen. Falls ihr die Kamera zum Beispiel an einem Betrieb oder so in Verwendung habt, dann könnt ihr hier von 8 bis 15 Uhr das Ganze aus bzw. deaktivieren, um so eben dann nicht jedes Mal eine Aufnahme zu generieren, falls hier Leute durchgehen. Ich habe das jetzt hier aber 24 Stunden aktiviert, da bei mir nicht so viel Bewegung herrscht. Die Dauer der Nachaufzeichnung bedeutet, falls die Person oder das Tier oder das Objekt aus dem Kamerasichtfeld verschwindet, zeichnet die Kamera oder die App immer noch 8 Sekunden auf. Und ganz unten haben wir dann noch die Möglichkeit, die Aufzeichnungen zu überschreiben. Wir können hier die Zykluszeit einstellen. Ich habe jetzt hier eingestellt, die ältesten Dateien überschreiben. Ich denke mal, das ist am sinnvollsten. Dann bei den Benachrichtigungseinstellungen haben wir die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen zu aktivieren. Das ist bei mir jetzt aktiviert. Somit wird eine Push-Benachrichtigung auf mein Smartphone gesendet, falls Bewegung zum Beispiel erkannt wurde. Ebenso ist es auch möglich, eine E-Mail zu versenden, um eben statt einer Push-Meldung dann eine E-Mail zu bekommen. Außerdem können wir hier unten dann noch das FTP einstellen. Das bedeutet, dass ihr einen Kamerazugriff über eben FTP bekommt und so die Daten runterladen könnt. Bei der Sirene ist es so, wenn ich diese jetzt hier aktiviere, dann wird jedes Mal, wenn eine Bewegung bzw. wenn sich eine Person oder ein Objekt im Kamerafeld befindet, die Sirene aktiviert. Das ist dann sinnvoll, falls ihr euch im Urlaub zum Beispiel befindet, dann könnt ihr hier einfach die Sirene aktivieren. Und jedes Mal, wenn jemand euer Grundstück betritt bzw. in dem Kamerafeld auftaucht, wird die Sirene aktiviert. Bei mehr haben wir dann noch die Möglichkeit, die Kamera zu teilen, um eben weitere Bewohner eures Zuhauses Zugriff zur Kamera zu gewähren. Ebenfalls ist es möglich, hier ein Zeitraffer-Video zu erstellen, um eben zum Beispiel einen Bauvorschritt darzustellen. Und bei erweiterten Einstellungen haben wir dann noch die Möglichkeit, illegale Login-Sperre zu aktivieren. Das bedeutet, falls jemand sich versucht, in die Kamera zu hacken und dreimal das falsche Passwort eingibt, wird das Konto gesperrt. Ebenso können wir hier das Geräte-Anmeldepasswort ändern und das Datum und die Uhrzeit. Ganz oben, wenn ich jetzt hier auf Argus 4 Pro klicke, dann bekommen wir noch die eigentlichen Geräte-Informationen, wie zum Beispiel den belegten Speicher, die Netzwerkinformationen und die Firmware-Version. Also ihr seht, die App ist wirklich sehr umfangreich, funktioniert einwandfrei. Ich hatte innerhalb zwei Wochen jetzt überhaupt keine Abstürze, keine Verbindungsprobleme, keine Stabilitätsprobleme. Ich bin wirklich sehr begeistert und kann die Kamera ohne weiteres empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und ich konnte euch die Argus 4 Pro etwas näher bringen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, lasst natürlich ein Abo da und dann würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video. Servus und ciao.